Jeder Seemann weiß, dass kein Geist jemandem zu nahe kommt, der sein gepunktetes Halstuch trägt. Und seinen getrockneten Meereskobold. Ein bisschen Gold schadet auch nichts. Aber um sicher zu gehen, wird die Unterhose mit einem Palsteck befestigt. Und die Beine mit eisernen Fußfesseln. Und die Haare ganz hinten am Hals werden abgeklebt. Das Ganze wird abgerundet durch meine Anti-Geister-Rüstung, meine Geheimwaffe, den Spektraldeflektor.